so liebe leute heute wieder mal mit der gemarkung andreas macht bernet dem gelb-aschaffer valle hier liegt jetzt der neue gemarkungsstein hier an der tasche vorbei schaut an der linse vorbei moment an der hier ist das ist ja und da liegt er also so nicht gemeint manche mögen das nicht ja ich zeige euch nochmal original das ist der gemarkungsstein sandstein gelb ok gemarkung ab sofort andreas macht bernet der graue graf ich kann es jetzt mal sagen ich bin für graue majestät hier so und dann zeige ich euch den sternweg der erste weg bis zu mir bis zur einfahrt ist meine gemarkung der zweite weg moment ist hier hier rein kamerun der dritte weg ist hier kreusen kreusen der vierte weg ist hier in den wald der fünfte weg ist hier in den wald hier 1 2 3 4 5 1 normal 2 da nach kamerun 3 kreusen weil bayreuth ab hier ist ja der weg bayreuth kreusen wo kamerun und zwei waldwege ja das ist der fünf ständig so jetzt schauen wir mal wer da noch ist dass ich den wald mal erkunde ich muss jetzt den gemarkungsstein austauschen es gab debatten wer hat ihn wohl gekauft ich habe es einen guten gelben stein denn farben sind eine gefahr und ein segen deswegen die erste farbe gelb vom gelber schaffer walle sage ich euch eben bis dann